Hast du den Wunsch, Gott zu begegnen, persönlich zu begegnen, die Gewissheit zu haben, jetzt weiß ich, wer Gott ist, jetzt kenne ich Gott persönlich und habe eine Beziehung zu ihm. Hast du den Wunsch? Dann hast du zwei gewaltige Probleme. Das erste Problem ist, Gott ist nicht innerweltlich, er ist außerweltlich, er ist außerhalb der Schöpfung. Du kannst ihm nicht begegnen, wir sind räumlich von ihm getrennt, du kannst Lichtjahre ins Universum fliegen, du wirst ihn nicht aufsuchen können, du wirst ihn nicht räumlich besuchen können, das ist absolut unmöglich. Wir sagen, er ist transzendent, die Bibel sagt, er bewohnt ein unbegehbares Licht. Du hast keine Chance, Gott aufzusuchen, zu begegnen, du wirst ihn nicht finden. Das zweite Problem ist, neben der räumlichen Trennung, ist die moralische Trennung. Wir sind moralisch getrennt von ihm, denn sein Wesen ist Heiligkeit, er ist durch und durch heilig und wir Menschen sind durch und durch sündig, die Bibel sagt, wir sind Sünder. Und deshalb sind wir moralisch von ihm vollkommen getrennt und können absolut keine Gemeinschaft mit ihm haben auf dieser Basis. Das sind die zwei Probleme, die unlösbar sind, wenn Gott diese Probleme nicht gelöst hätte. Deshalb, jetzt kommt Jesus Christus ins Spiel, deshalb kam ja Gott in diese Welt, Jesus Christus, um diese räumliche Distanz zu überbrücken, kam er in diese Welt als Mensch. Er wurde einer von uns, aber er hatte keine Sünde, er war durch und durch heilig, aber er wurde vollkommen Mensch. Er hat diese räumliche Distanz überwunden, er hat den Himmel verlassen und kam in diese Schöpfung als Mensch, um das zweite Problem zu lösen, das Problem der Sünde. Er ging ans Kreuz und starb für die Sünde. Er hat das Gericht der Sünde auf sich genommen. Das heißt nicht, dass alle Menschen automatisch gerettet sind. Das heißt es nicht. Aber du hast die Möglichkeit, ihn anzunehmen als deinen Retter. Du hast die Möglichkeit, das Geschenk der Vergebung anzunehmen, weil er für dich gestorben und auferstanden ist. Und dann hast du Gemeinschaft mit Gott. Die Bibel sagt, du bist ein Kind Gottes. Du bist von Neuem geboren. Du bist wie ein neues Geschöpf. Du gehörst jetzt zu Gott durch Jesus Christus. Du bist sein Kind für Zeit und Ewigkeit. Und er legt dir die Gewissheit ins Herz, dass du gerettet bist und dass Gott dein Vater ist. Nimm heute noch Jesus Christus an als deinen Retter. Und er legt dir die Gewissheit ins Herz, dass du gerettet bist und dass du gerettet bist.